In diesem Video möchte ich euch die wichtigsten und essentiellsten Mods zu Dragon's Dogma 2 vorstellen. Es gibt natürlich schon eine ganze Menge an Mods, die verändern das Aussehen, die Balance, die Waffen und und und. Natürlich auch einige Nude-Mods, das sind immer mit die ersten. Aber diese ganzen Sachen möchte ich euch mal in einem anderen Video zeigen. Heute soll es wirklich um die Mods gehen, die praktisch für jeden wichtig sind, die euch praktisch gleich als erstes installieren solltet, wenn ihr Dragon's Dogma 2 startet. Die Links zu den einzelnen Mods findet ihr jeweils unten in der Beschreibung und ihr könnt über die Kapitelmarke in der Timeline die Mods auch jeweils einzeln anspringen. Na gut, dann legen wir los. Als erstes mit RE Framework. Das RE steht für Resident Evil und das ist ja die Engine, auf der Dragon's Dogma 2 basiert. Das Framework ist eine Umgebung, das viele andere Mods als Grundlage brauchen. Wenn man sich das jetzt hier runterlädt bei Nexus Mods, hat man gleich ein paar Sachen mit dabei. Freecam ist schon vorinstalliert. Da kann man die Kamera unabhängig vom Charakter bewegen. Das ist für Screenshots ganz cool, um die Gegend zu erkunden. Timescale, wo man die Geschwindigkeit der Zeit ein bisschen variieren kann. VR für VR-Headsets und FOV. Das finde ich mit am wichtigsten und zeige ich auch gerade im Video. Damit kann man dann das Field of View einstellen. Man kann in den Spieleinstellungen zwar schon die Kameraentfernung einstellen, aber hier mit dem FOV Slider über RE Framework hat man dann doch noch mal mehr Möglichkeiten. Zusätzlich, was hier gar nicht steht, ist, dass man auch die Vignette im Spiel deaktivieren kann. Und wie wichtig das ist, habe ich erst gemerkt, als ich das ausprobiert habe. Das wirkt so viel angenehmer, wenn man das mal ausmacht. Das Spiel ist in der Nacht und auch in vielen Innenbereichen eh schon ziemlich finster. Da stört die Vignette ein bisschen aber auch so. Ich weiß nicht genau, was das soll, dass das Spiel am Rand immer so dunkel ist. Ich finde das nicht irgendwie immersiv. Sieht nur komisch aus. Das nächste ist der Fluffy Mod Manager. Da gibt es gar nicht viel zu sagen. Das ist halt ein Mod Manager, der auch von anderen Mods benötigt wird. Der bietet von Haus aus keine eigene Funktionalität. Ist super leicht zu installieren und ist neben dem RE Framework die zweite sehr grundlegende Modifikation. Die nächsten zwei Mods sind für die Technik und vor allem für Nvidia DLSS Nutzer interessant. Ich habe mir beide zusammen runtergeladen, sozusagen als Paket. Das erste ist DLSS 3.6.0 und das upgraded sozusagen die DLSS Version im Spiel von der mitgelieferten Version 3.5.1 auf 3.6. Neuere Versionen haben da oft noch Vorteile, entweder bei der Performance oder bei der Qualität. Und das habe ich dann zusammen mit dem DLSS 3 Enabler, dem Frame Gen Enabler installiert. Und der ist das, was wirklich wichtig ist. Eigentlich sollte das Spiel Frame Generation schon mit dabei haben. War auch irgendwelchen Trailern, glaube ich, von Nvidia schon mal zu sehen. Ist aber im aktuellen Spiel noch nicht aktiviert. Und das Spiel hat ja Frame Probleme. Das läuft ja nicht so gut, gerade in den Städten. Habe ich auch gehabt, gerade wenn ich dann Raytracing aktiviere, komme ich in den Städten mal gern auf 40 oder 45, 50 Frames. Na 40 eher nicht, aber so wenig 45, 50 Frames. Und ich möchte eigentlich ganz gern über 60 bleiben jederzeit. Und mit dem Frame Generation Enabler hat das dann funktioniert. In den Städten saubere Frames, in der Natur noch viel mehr. Ihr müsst natürlich in den Optionen DLSS aktivieren und idealerweise auch Reflex. Aber dann läuft das. Standardmäßig ist dann das Frame Gen aktiviert, wenn ihr die Mod eben installiert habt. Ihr könnt es im Spiel bei An- und Ausschalten über die Endetaste auf der Tastatur. Das ist die mittlere Taste in diesem Block über den Pfeiltasten. Und wenn ihr dann auch noch irgendwie einen FPS-Counter habt durch irgendein Programm, ich nutze das von MSI zum Beispiel, dann sieht man, wie stark sich das verändert. Also locker 50, 60, 70 Prozent mehr teilweise. Und ich habe schon einen sehr guten Rechner, eine 40, 70 TI und auch einen guten Prozessor, aber es hat eben nicht gereicht. Und gerade wenn ihr Raytracing benutzen wollt, kann es genau dieser entscheidende Unterschied sein zwischen, na, ich lasse es lieber aus oder ich bin stabil über 60 Frames und kann es nutzen. Die nächste Mod behebt einer der größten Kritikpunkte im Moment. Es gibt ja einen großen Shitstorm rund um Dragon's Dogma 2. Bisschen schade, weil das ein sehr gutes Spiel ist, aber es haben sie sich auch zum Teil selber zuzuschreiben. Und eine ganz komische Designentscheidung ist, dass man ja nur einen Charakterslot haben kann. Nicht mal nur einen Safe-Slot, weil da gibt es ja zwei pro Charakter, aber nur einen Charakter. Und mit dem DD2-Safe-Manager kann man das jetzt umgehen. Da kann man einfach über das Tool halt verschiedene Charaktere managen. Man muss natürlich das Spiel jeweils beenden, nicht im Game, aber man kann immer einen aktiven Charakter festlegen und darf zwischen frei switchen. Beim Start wird dann automatisch der vom Tool aus gewählte geladen. Zusätzlich kann man jetzt auch dann mehrere Safe-Games haben, weil er bei den Auto-Saves jeweils hier Backups anlegt. Also falls man darauf Wert legt, hat man das hier auch noch mit abgedeckt. Man kann eine ganze Menge einstellen, lest euch unten dann ganz gerne mal die Beschreibung durch zum Safe-Manager. Aber von Haus aus funktioniert das eigentlich schon genau wie man denkt. Man muss sich damit auch nicht so in-depth beschäftigen. Ich bin jedenfalls damit sehr zufrieden. Womit ich auch sehr zufrieden bin, ist Holy. Die machen Energy-Drinks, die machen Hydration-Drinks und Eistees und ich trinke die wirklich gerne, weil sie so einen frischen, natürlichen Geschmack haben und gleichzeitig ohne Zucker sind. Außerdem ist noch cool, wie viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen die haben. Falls es am Anfang etwas erschlagend wirkt, das kann ich gut verstehen, ging mir am Anfang auch so, aber guckt euch vielleicht mal das Starter-Paket an. Da kriegt ihr einen Shaker und eine ganze Menge unterschiedliche Sorten. Was ganz praktisch ist, um da einfach mal reinzuprobieren. In der Beschreibung oder in den Anmerkungen findet ihr einen Link zu Holy, dann könnt ihr euch das mal selber angucken. Und wenn ihr was kaufen wollt und dabei meinen Code Martin5 verwendet, kriegt ihr als Neukunden sogar noch 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Bevor das AI-Framework jetzt draußen war, hatte ich eine andere Mod für den FOV benutzt, für das Sichtfeld eben. Und das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Aber diese Mod hier, Over-the-Shoulder-Camera-And-Wider-FOV, das ist trotzdem noch sinnvoll. Und das verändert eben nicht nur das Sichtfeld, sondern bewegt die Kamera auch so ein bisschen, den Charakter relativ zur Kameramitte. Da steht man so ein bisschen links davon. Das ist in bestimmten Action-Rollenspielen ja eine typische Kameraperspektive. Natürlich ein bisschen Geschmackssache, ob man das lieber zentriert mag oder lieber auf diese Art und Weise. Aber wenn euch das anspricht und euch das bisher fehlt, ist das genau die richtige Mod für euch. Wichtig noch zu erwähnen, damit ihr nicht denkt, die Mod funktioniert nicht. Damit die aktiviert wird im Spiel, müsst ihr einmal sozusagen die Kamera ein bisschen resetten. Das passiert, wenn ihr schnell reist oder wenn ihr ein Haus betretet, habt, weil die dann ein bisschen näher heranzoomt. Und danach stimmt sie auch. Aber das müsst ihr einmal machen, sonst fällt euch der Unterschied gar nicht auf. Falls ihr nicht den Safe-Manager benutzen wollt, um mehrere Charaktere anzulegen, aber mit eurer Charaktererstellung nicht ganz zufrieden seid, gibt es hier auch eine Mod, die heißt Early and Cheap Art of Metamorphosis. Dann könnt ihr euer Aussehen anpassen und müsst nicht warten, bis ihr in der ersten großen Stadt seid. Damit entfällt das auch, dass man sich das für zwei Euro als DLC kaufen muss oder als Microtransaction. Das kann einfach ganz hilfreich sein, weil es passiert immer wieder mal, gerade bei so umfangreichen Charaktereditoren, dass es im Spiel nicht ganz so gut aussieht. Die Haarfarbe sieht irgendwie anders aus unter Sonnenlicht als im Editor, die Größe stimmt nicht ganz, die Animation ist nicht so cool beim Laufen, all diese Sachen, die man halt anpassen möchte. Wir müssen nur zum ersten Dorf kommen, da ist man ja ziemlich schnell in Merv und da kann man das dann für kleines Geld kaufen. Und wo wir gerade von Aussehen sprechen, das gehört eigentlich nicht wirklich in dieses essentielle Mod-Video mit dazu, aber man kann hier NPC-Hairstyles schon im Charaktereditor verwenden. Es gibt nämlich drei echt schöne, man sieht das hier einmal in der Übersicht, einmal von Ulrika, einmal von Wilhelmina und von dieser und mit dieser Mod, dieser Mod, kriegt man die halt auch da. Man kann die auch auf maskuline Charaktere setzen, wenn man das möchte. Es funktioniert auch mit dem Beast drin. Ja, und ich finde das sind wirklich schöne, weil von den Voreingestellten sind viele jetzt nicht so schick, ehrlich gesagt. Bleiben wir noch beim Visuellen, gehen aber mehr in das UI, in das Benutzerinterface und das sind hier bessere Icons auf der Map. Man sieht links Vanilla, also die normale Version und rechts die modelle Version. Das ist jetzt nicht so super aufdringlich, sondern eher etwas subtil, aber ich finde das sehr angenehm, gerade in den größeren Städten, wo oft mehrere Symbole ziemlich nah beieinander sind. Und da gehen manchmal die normalen Symbole etwas unter. Mit der Mod lassen sie sich dann leichter unterscheiden, ohne dass es jetzt wirklich ganz komisch aussieht. Die Map wirkt immer noch sehr stimmig. Hier nochmal ein, zwei andere Beispiele. Und wie man sieht, macht das auch die Minimap ein bisschen besser lesbar. Vom gleichen Mod-Autor kommt auch Better UI Vocation Icons. Und das ist mir im Spiel auch aufgefallen. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Grafikfehler, dass die so ausgefranst und kruckelig sind. Hier sieht man mal den direkten Vergleich zwischen Vanilla und Modelt. Und ja, irgendwie soll es, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, dass das so abgenutzt aussieht oder wie so ein bisschen so ein kaputtes Schild oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht einfach nur unsauber aus, finde ich, gerade in der Bewegung. Weil das Spiel eh so ein bisschen Probleme mit Anti-Aliasing hat und so unruhigen Bild-Elementen, finde ich das sehr viel angenehmer, wenn das einfach sauberes Zeichen neben dem Namen ist. Ist ja ganz klar ein UI-Element. Ist ja kein Element in der Welt. Ja, nochmal die Übersicht. Also das ist ein kleiner Unterschied. Und auf dem Bild fände ich das so völlig okay, wie das Icon links aussieht. Aber wie gesagt, im Game wirkt es irgendwie so ein bisschen kaputt. Die letzte Mod, die ich auch wirklich wichtig finde, heißt Infinite Stamina Out of Combat. Und das betrifft ein Design-Element, was einerseits eine Daseinsberechtigung hat, aber in vielen Spielen nicht so gut umgesetzt wird. Obwohl es in den letzten Jahren immer besser wird. Was ich meine ist, dass es in vielen Spielen natürlich eine Ausdauer gibt. Und die ist dafür gedacht, um die Kämpfe zu balancen und das richtig zu designen nach bestimmten Gesichtspunkten. Das heißt, ich kann jetzt nicht unbegrenzt blocken, sprinten, ausweichen, Zauber benutzen oder irgendwelche Fertigkeiten. Das kostet dann teilweise Ausdauer. Und damit muss ich meine Aktionen besser abwägen. Das ist auch in Dragon's Dogma 2 so. Allerdings haben die guten Spiele in letzter Zeit, so was wie Cyberpunk oder Elden Ring und es gibt noch viele andere Beispiele, das so gemacht, dass sobald ich nicht im Kampf bin, die Ausdauer nicht belastet, wenn ich zum Beispiel durch die Gegend renne. Einfach nur, weil ich irgendwo schnell in die Stadt möchte, zurück zum Quest gebe oder die Gegend erkunden. Und das ist leider in Dragon's Dogma 2 aber immer noch so. Was war das letztendlich? Ich glaube, in Entschrouded war das auch so oder in Nightingale. Das ist so dämlich, weil es ein bisschen den Spaß und die flüssige Bewegung bei der Erkundung rausnimmt. Bei Dragon's Dogma 2 ist es witzigerweise sogar in den Städten noch so, dass man da unbegrenzte Ausdauer hat, wo es sobald man die Stadt verlässt, eben nicht mehr. Naja, dieser Mod macht das jetzt besser. Man hat so lange unbegrenzte Ausdauer, bis man in den Kampf geht. Und da ist alles wieder ganz normal. Das heißt, es endet auch nichts am Balancing. Man muss sich nicht denken, dass man das Spiel sich leichter macht. Es ist einfach nur angenehmer zum Spielen. Und das war es erstmal mit den essentiellen Mods zu Dragon's Dogma 2. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.